Und nochmal ein herzliches Willkommen von mir und sei gegrüßt im Namen des Herrn. Schön, dass du hier bist. Meine lieben Geschwister und auch an alle Gäste ein herzliches Willkommen. Ja, heute möchte ich mit euch ein Wort teilen, über das ich mir Gedanken gemacht habe. Und ja, ich mache mir immer Gedanken, was kann ich der Gemeinde mitteilen oder was tut der Gemeinde gut oder was braucht gerade die Gemeinde. Und heute geht es um ein Thema, ich glaube, das ist etwas sehr Grundlegendes. Und wenn man das verstanden hat, wenn man diese Thematik, diese Zusammenhänge verstanden hat, dann hat man schon einen sehr guten oder großen Grundstein für sein Glaubensleben gelegt. Heute geht es um den Töpfer und den Ton. Und unser Text heute ist im Jeremia Kapitel 18, erstmal die Verse 1 bis 4. Wollen wir gleich lesen, Jeremia 18, Verse 1 bis 4. Das Wort, das an Jeremia von Seiten des Herrn erging, lautet folgendermaßen. Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, da fertigte er gerade ein Werkstück auf der Scheibe an. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in seiner Hand, in der Hand des Töpfers. Da fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Hier geht es um einen Töpfer und um Ton. Wir wollen uns das mal anschauen, was das mit uns zu tun hat oder wie das sich verhält mit unserem Leben. Und als erstes müssen wir uns anschauen, was über den Töpfer gesagt wird. Und natürlich ist es nicht schwer zu erkennen oder zu verstehen, dass hier in dieser Bildrede beim Töpfer es sich um Gott handelt. Und lasst uns mal schauen, wie Gott sich in der Bibel vorstellt, damit wir erstmal den Töpfer einordnen können. Also wie stellt sich Gott in der Bibel vor? Zwei Hauptnamen würde ich sagen. Herr und Vater. Und wenn wir uns als erstes mal Herr anschauen, was Herr bedeutet. Da habe ich ein paar Verse rausgesucht. Zum Beispiel in Jesaja 42 heißt es, Eine andere Stelle, Jesaja 43, ein Kapitel weiter, die Verse 11 bis 13. Da heißt es, Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Ja, von jeher bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es abwenden? Die nächste Stelle wäre Psalm 33, die Verse 4 bis 9. Da heißt es über den Herrn, Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, und all sein Tun ist Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht, und ihr ganzes Herr durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie ein Damm und sammelt die Fluten in Speicher. Die ganze Erde fürchte den Herrn, und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Im 5. Mose 32, Vers 6 heißt es über ihn, Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Und im Neuen Testament, in Römer 3, 10 bis 12, heißt es über ihn, oder über uns besser gesagt dann wieder, Wie geschrieben steht, Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Was für ein Kontrast. Der Herr, heilig, gut, barmherzig, gerecht, Und wir, die er uns gemacht hat, Wir fragen nicht nach Gott. Und wenn wir mal daran denken, Herr, in der Schlachterübersetzung wurde in den meisten Stellen im Alten Testament, wo Yahweh stand oder steht, immer als Herr übersetzt, in Großbuchstaben. Und die Juden trauten sich nicht mal diesen Namen auszusprechen. So heilig ist Gott. Die haben sich nicht getraut, den Namen auszusprechen. Die haben gesagt, Adonai, mein Herr. Und dass wir hier sitzen und sein Wort hören, von diesem großen Gott, von dem Herr, von Yahweh, das ist einfach Gnade. Es ist nicht so, dass ich mir irgendwas einbilden kann und sage, ja, ich komme jetzt hierher und höre Gottes Wort. Das geschieht nicht einfach so aus dir selber. Das ist Gnade, dass wir sein Wort hören können. Und der, der so viel größer ist wie wir und sich so unterscheidet von uns, in Jesaja 55 sagt er selber, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. So hoch wie der Himmel über der Erde ist, so weit weg, so sind meine Gedanken, so unterscheiden sie sich von euren. Und wir dürfen dem Herrn eigentlich nur dankbar sein, dass wir hier sitzen dürfen und sein Wort hören dürfen, von diesem großen Gott. Wie ich gerade gelesen habe, im Römer 3 heißt es, dass ihn keiner gesucht hat, nicht mal einer. Und da ist keiner, der verständig ist. Und in Jesaja, Jesaja 64, Vers 6 heißt es zum Beispiel, auch so wie im Römerbrief es geschrieben steht, Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen, denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahin gegeben in die Gewalt unserer Missetaten. In die Gewalt unserer Missetaten. Also das heißt, wir sind schuld daran, dass wir so weit entfernt sind oder waren von Gott. Es ist nicht Gottes Schuld. Gott hat es immer nur gut gemeint mit den Menschen. Aber der Mensch wollte es einfach nicht. So, jetzt haben wir ganz kurz angeschnitten, was es bedeutet, Herr. Wer ist der Herr? Die andere Seite, die andere Facette von Gott ist zum Beispiel Vater. Und in Jesaja, auch wieder in Jesaja Kapitel 63, Verse 15 bis 16, da geht es auch genau um Vater. Jesaja 63, Verse 15 bis 16. Blicke vom Himmel hernieder und sie herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Das Aufwallen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit hält sich gegen mich zurück. Und doch bist du unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du aber, o Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Was für ein Vater. Unser Erlöser von Ewigkeit her. Was für eine Beschreibung, wie der Prophet Jesaja ihn hier beschreibt. Ein wunderbarer Vater. Und ja, zu unserem großen Bedauern, wenn wir jetzt an Väter oder Vater denken, leider gibt es heute in dieser Gesellschaft eigentlich keine Männer mehr, würde ich sagen. Die große Allgemeinheit. Ich rede von der Allgemeinheit, nicht von jedem Einzelnen hier. Es gibt leider keine Männer, es gibt keine Väter, es gibt keine Vorbilder. Und so eine Zeit gab es in der Zeit Israels im Alten Testament auch, als Gott Deborah erwecken musste, weil es keine Männer mehr gab, die dem Herrn dienen konnten, die für ihn geeignet waren. Er musste Frauen in den Dienst stellen. Und leider ist es heute wieder so, dass es kaum Männer gibt, die richtig Männer sind, die Väter sind, die Vorbildler sind, die die Kinder anleiten können. Und wenn wir mal an die an diese Vater-Sohn-Beziehung denken, das Kind selber, ein Kind, bevor er mündig wird, der kann eigentlich nicht alles verstehen, was der Vater macht oder was die Mutter macht, was die Eltern machen. Ja, denn er hält einfach die Hand, man hält die Hand ein, er nimmt die Hand, aber er versteht meistens nicht, was da vor sich geht, wie das alles passiert, wie kommt das Essen auf den Tisch. Ja, was ist das Arbeit, wie, das versteht er nicht. Und oder die Mutter und Vater-Beziehung, der versteht da nicht alles. Aber es geht gar nicht darum, dass wir alles verstehen. Es geht doch einfach darum, wenn wir mal darüber nachdenken, warum Gott als Vater vorgestellt wird, es ist genau deswegen, ich muss nicht alles verstehen, was Gott macht. Ich muss ihm einfach vertrauen, wie ein Kind seinem Vater. und ich glaube, es gibt keinen besseren Vergleich, dass wir uns einfach Gott ausliefern, wie ein Kind seinen Eltern. Das Kind macht, was die Eltern sagen. Meistens. Ja, das Kind macht, was die Eltern sagen. Ich meine jetzt allgemein, weil er hat keinen anderen Bezugspunkt. Ja, und so sollen wir, genauso sollen wir sein. Gott hat sich immer etwas dabei gedacht, wenn er uns in Bildersprache angesprochen hat oder anspricht, denkt er sich immer dabei. Er gibt uns immer einen Hinweis oder so ein, wie soll ich sagen, so ein Vergleich, was es hier in dieser Welt schon gibt. Und was kennt man besser als Kind, Vater? Oder was kennt man besser? Jeder war mal ein Kind, jeder hat einen Vater gehabt und Gott will uns damit zeigen, hey, guck mal, darum geht das. Du musst nicht alles verstehen, was ich mache. Du musst mir einfach vertrauen. Er streckt uns die Hand aus, wir müssen die Hand nur halten. Und der Herr, der zeigt das so oft in der Bibel. Im Alten Testament zum Beispiel gibt es eine Stelle oder einen Bericht im 5. Mosebuch, Kapitel 1, Vers 31, da redet der Herr selber und beschreibt seine Eigenschaft als Vater, was er als Vater dem Volk Israel getan hat. 5. Mose 1, 31, da heißt es, und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Hier steht, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, was Israel oder, ja, was die Juden alles durchgemacht haben, sehen wir immer, dass Gott immer als der Vater immer bei ihnen war. Der hat sie immer getragen, immer. Es war nie so, dass er sie irgendwie verlassen hat. Der hat sie immer getragen und zum Beispiel der Auszug aus Ägypten. Wenn wir uns mal diese Geschichte anschauen, das ist einfach unglaublich, diese Geschichte. Das Volk zieht aus, hinter ihnen das ägyptische, das ägyptische Heer, das Militär, der Pharao hinter ihnen her, die laufen weg und kommen an ein See oder Meer, Schilfmeer, da stehen sie da, links Berge, rechts Berge und vorne das Wasser und dann sagen die, Gott hat uns hierher gebracht, dass er uns umbringt. Wären wir doch da geblieben. Aber was für uns oder für Israel damals eine Sackgasse war, das war für Gott eine Lösung oder eine Möglichkeit, seine Herrlichkeit zu zeigen, was für ein guter Vater er ist. Und nicht nur das, also er, wir haben ja auch vorhin gelesen, dass der Herr, genau im Psalm 33 war das, er türmt die Wasser des Meeres auf wie ein Damm. Er türmt das Wasser auf, sein Volk, seine Kinder gehen durch und Ägypten wird begraben im Wasser. Und wenn wir dann diese Geschichte weiter anschauen, in der Wüste, da heißt es im 5. Mosebuch 29, wird beschrieben, wie der Vater mit ihnen gehandelt hat. 5. Mose 29, Verse 4 bis 5 Da heißt es, ich habe euch 40 Jahre lang in der Wüste geführt. Eure Kleider sind an euch nicht zerlummt und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Ihr habt kein Brot gegessen und weder Wein noch starkes Getränk getrunken, damit ihr erkennt, dass ich der Herr euer Gott bin. Das heißt, Gott hat einen Plan gehabt, warum die durch die Wüste gehen mussten. Das war nicht irgendwie, weil so wie sie das gedacht haben. Er will uns hier aufreiben. Wir saßen da an den Fleischtöpfen. Die reden sogar von Gurken und Melonen. Aber sie haben nicht erkannt, dass Gott, dieser mächtige Gott, ihr Vater sie einfach durch diese Wüste läutern wollte. Und hier steht wortwörtlich, ihr habt weder Wein noch starkes Getränk getrunken. Warum? Ja, weil sie sich irgendwie, weil sie fasten mussten oder weil das nicht gut war für sie. Da steht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr euer Gott bin. Damit ihr ganzer Sinn gereinigt wird von allem, was zwischen ihm und Gott steht, genauso wie bei uns heute. Er räumt alles weg und er will, dass wir alles wegräumen, damit wir erkennen, dass er der Herr ist, dass er unser Vater ist. Noch ein Beispiel wäre zum Beispiel Jericho. Die stehen vor den Mauern Jerichos und dann heißt es ja, lauft siebenmal, also sieben Tage jeden Tag einmal um die Stadt herum und dann am siebten Tag dann siebenmal rum. Wenn man das heute erzählt, dass man so einen Krieg gewinnt oder so, das ist ja lächerlich, würde man sagen. Aber heute gibt es Beweise, dass diese Mauern eingestürzt sind und solche Mauern stürzen nicht einfach so ein. Und wie gesagt, das sind für uns vielleicht Sackgassen, wir denken vielleicht nicht so weit, wir können gar nicht so weit denken, aber für Gott sind das Lösungen und eine Möglichkeit, sich zu zeigen, wie herrlich und wie wunderbar er ist. Genau, Herr, Vater und jetzt kommen wir, glaube ich, bei diesem Vergleich zur wichtigsten Eigenschaft. Es geht um den Töpfer. Und wenn wir uns mal vorstellen, ich weiß nicht, ich hoffe, es weiß jeder, was ein Töpfer ist, was Ton ist. Das ist so eine Scheibe, eine runde Scheibe und früher, also heute gibt es ja diese Geräte elektrisch, da drückst du unten auf den Pedal, dann dreht sich die Scheibe und dann kann man den Ton formen zu einem Gefäß. Und früher war das so, dass sie das mit dem Fuß immer so drehen mussten, den Antrieb mit dem Fuß erledigen mussten. und wenn wir uns mal diesen Töpfer vorstellen, wenn das unser Vater ist, dieser Töpfer, der da sitzt an der Töpferscheibe, wie müssen wir uns diesen Töpfer vorstellen? Und ich würde sagen, der Töpfer sitzt da mit durchbohrten Händen und Füßen. Warum? Warum sitzt einer da, der durchbohrte Füße und Hände hat? Die Sache ist die, den Ton muss man vorbereiten. Ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt zu dem Thema und der Ton muss geknetet werden, der muss immer durch zwei geteilt werden, zusammengefaltet werden, auf den Tisch gehauen werden. Also die Vorbereitungsphase ist wirklich, ich würde mal sagen, das tut dem Ton und im übertragenen Sinne ist es auch so. Es muss etwas passieren, damit der Ton vorbereitet wird für diese Phase, wo es getöpfert wird. Es wird geknetet und Sandkörner und Luftblasen müssen raus, es muss gereinigt werden und ich glaube, das wurde schon gemacht, diese Vorbereitungsphase, also die Grundlage, der Grundstein ist gesetzt wie durch den Tod, den Kreuzestod Jesu Christi. Er hat für uns bezahlt, er hat uns gereinigt, also er hat die Grundlage geschaffen, das heißt, er hat uns erkauft, er hat diese Vorbereitung schon durchgezogen. Er hat sich geopfert. So, das heißt, wenn wir der Ton sind und Gott der Töpfer, dann muss es ja in den Gedanken dieses Töpfers ein Ziel geben, weil kein Töpfer haut den Ton auf die Scheibe und lässt das Ding einfach drehen. Also er hat ein Ziel, einen Plan mit diesem Ton und übertragen auf uns als lebendiger Ton würde ich sagen, er will unser Leben gestalten. Das heißt, ich als Ton darf kommen wie ich bin. Wenn man sich das Bild nicht vorstellt, Ton, das liegt irgendwo in der Erde und der Töpfer nimmt den Ton und reinigt es. Das heißt, ich komme wie ich bin. Jetzt ist die Frage, warum komme ich? Was ist mein Ziel oder was habe ich mir dabei gedacht, dass ich komme und mich von diesem Töpfer verändern lasse und formen lasse? Wenn ich einfach diese Frage in den Raum werfen würde, ihr macht euch einfach mal Gedanken selbst warum bin ich bekehrt? Also aus welchem Grund? Was ist passiert, dass ich mich bekehrt habe? Was waren meine Gedanken? Vielleicht sagt der eine oder andere, ja, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ein anderer würde vielleicht sagen, ja, ich habe Angst vor der Hölle. Ich will nicht in die Hölle. Ich habe Angst und ich habe gesehen, okay, es gibt eine Möglichkeit, davon wegzukommen. Ein anderer würde vielleicht sagen, ja, ich habe entdeckt, dass es einen Gott der Liebe gibt. Vielleicht ein anderer würde sagen, ja, ich habe in meinem Leben nie Geborgenheit gehabt und ich habe gehört, jemand hat mir gesagt, erzählt über Jesus und ja, das ist Gott der Geborgenheit. Bei dem findet man Geborgenheit. Wieder andere sagen, ja, ich bin so aufgewachsen. Andere sagen, ja, ich habe eine Erfahrung gemacht oder ich bin hier in der Gemeinde, weil es tolle Menschen gibt. Ja, das sind alles gute Dinge. Ja, das gehört alles dazu, aber ich glaube nicht, dass das die Hauptsache ist. Die Hauptsache ist nicht, dass ich mich bekehrt habe, weil ich Angst vor der Hölle hatte. Das reicht noch nicht. Das reicht nicht. Die Hölle hat jeder verdient. Ja, und dass ich erkannt habe, dass ich ein Sünder bin, das reicht auch noch nicht. Das ist gut, das ist gut, dass du es erkannt hast, aber das reicht noch nicht. Das ist nicht der Grund. Jetzt bezogen auf dieses Gleichnis würde ich sagen, der richtige Grund oder die richtige Antwort auf diese Frage wäre, dass ich mich verändern lassen will von Gott. Ich habe erkannt, dass ich Ton bin, voll mit Sand und Luftblasen und verdreckt und ich habe gesehen, die Schrift sagt, hey, er will aus mir ein wunderbares Gefäß machen zu seiner Ehre. Das ist ein Grund, zu seiner Ehre. Ich will mich verändern lassen zu seiner Ehre. Eigentlich müsste man sagen, ich will mich verändern lassen, damit die Bestimmung, die Gott für mich vorgesehen hatte, in Erfüllung geht. Das war Gottes Plan von Anfang an, dass wir Gefäße sind zu seiner Ehre. Das heißt, Gottes Priorität in meinem Leben ist die Umgestaltung von diesem Ton, den er aus dem Dreck nimmt, in sein Ebenbild und etwas Wunderbareres gibt es eigentlich gar nicht und er will uns als seine Kinder in die Ewigkeit führen. Das heißt, in diese Bestimmung, die für uns vorbereitet war von Anfang an. So hat er es gedacht, aber wir haben gedacht, wir wissen es besser und deswegen sind wir heute in diesem Zustand. und wir können aus der Schrift erkennen, dass Gott mit uns das Neue, was er schaffen will, die neue Erde und den neuen Himmel, das neue Jerusalem, das, was er da neu schaffen will, das will er mit uns machen. Nicht, weil wir gut sind. Nicht deswegen, weil wir irgendwie irgendwas können, irgendwie was bauen können. Nicht deswegen. Er will es, weil es unser liebender Vater ist. Er will das einfach. Er hat uns gemacht und er hat einen Plan mit uns und er will als liebender Vater diesen Plan erfüllen mit uns zusammen. Und das ist einfach nur Gnade. Und wenn ich jetzt fragen würde, wenn ich jetzt fragen würde, willst du das? Wir haben jetzt einiges gehört. Willst du das denn überhaupt? Dass Gott mit dir das Neue, was er vorbereitet hat, schafft und plant und baut. Willst du das? Wenn ich jetzt fragen würde, ihr müsst nicht die Hand heben. Imaginär könnt ihr die Hand heben. Willst du das? Ich glaube, jeder würde die Hand heben hier. Ich glaube schon. Es heißt sogar, also das geht noch weiter, das ist noch nicht alles. Obwohl es eigentlich schon für unseren Verstand unbegreiflich ist, das ist noch nicht alles. Er sagt sogar, dass wir mit ihm auf seinem Thron sitzen, sagt er. Auf dem Thron des Königs, der Könige. Auf dem Thron Gottes. Vielleicht denkt ihr, ja, das ist wie, dass wir auf seinem Thron sitzen. Aber steht wortwörtlich so in Offenbarung 3. Offenbarung 3, 21. Da heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Vielleicht können wir so ein bisschen jetzt erkennen, was Gott mit uns plant. Was ist sein Plan? Das Ende. Dass wir Königskinder sind, aber nicht von einem menschlichen König. Ein Gott, der Schöpfer von Erde und Himmel. Und wir dürfen auf seinem Thron sitzen. Das ist so, wie wenn du dein Kind auf dem Schoß nimmst. Ja, das freut sich. Aber wir haben kein Thron. Gott hat einen Thron. Er thront über dem Universum. Und sein Plan ist es, dass wir uns mit ihm auf diesen Thron setzen. Das ist einfach unbegreiflich. Und wir haben hier gelesen, jetzt scheint uns das vielleicht so so weit weg ungreifbar. Aber wir haben hier gelesen, wer überwindet, dem will ich geben. Das macht dem einen oder anderen vielleicht Angst, ja. Oh, wer überwindet, okay. Da bin ich ja wieder auf mich gestellt. Aber ich will euch ermutigen und trösten mit den Worten von 1. Johannes Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Das sind gewaltige Worte. 1. Johannes 5, 1 bis 5. Da heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus, der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist, das ist die Brüder- und Geschwisterliebe. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Welche tröstende Worte. Und im Römer, Römer 8, 37 heißt es sogar, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und das ist der Punkt, durch den, da steht, durch den, der uns geliebt hat. Wir selber können das nicht überwinden. Unmöglich. Wenn wir aber in Christus sind, dann überwinden wir durch den, der uns geliebt hat durch Jesus Christus. Und das ist eine wunderbare Zusage. Eine Verheißung. Und deswegen sollten wir noch mehr an ihm festhalten. Uns noch mehr an ihm klammern, wie ein Kind die Hand des Vaters fester drückt, wenn es sich fürchtet. Es drückt noch fester. Wenn es irgendwas kommen sieht, drückt das Kind fester die Hand. und so sollen wir auch sein. Schöne Worte, schöne Aussicht, schöne Verheißungen. Aber, jetzt kommt ein Aber. Also, alles, was ich gesagt habe, ist genau so, wie in der Schrift geschrieben steht. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber das war nur die eine Seite der Medaille. Und ihr wisst, ich will immer gerne alles zeigen, nicht einseitig irgendwie hier was reden, damit ihr auch vorbereitet seid auf alles, was kommt. Wenn ich hier nur schön rede, alles wird gut, mit Jesus bist du auf der sicheren Seite, durch den, wir überwinden durch den, alles gut. Wenn dann aber Verfolgung kommt und Anfechtung kommt und Bedrängnis kommt, dann hast du ein Problem. Dann bist du zu einseitig dafür. Du bist nicht vorbereitet. Und deswegen, wenn wir mit ihm herrschen wollen und das gestalten wollen, was er vorbereitet hat, dann müssen wir auch den Preis dafür zahlen. Und jetzt wieder nicht die Hand heben. Ich frage, wer will denn den Preis bezahlen dafür? Ich weiß nicht, ob jetzt immer noch alle Hände hochgehen würden. Also hebe nicht die Hand. Ich muss das nicht sehen. Aber ich glaube, jetzt würden nicht mehr alle Hände hochgehen. Oder vielleicht so zögerlich oder mit einer Frage. jetzt muss man sich fragen, okay, was ist denn der Preis? Im Philippa 1,29 gibt es ein wunderbarer Vers. Da steht, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch, um seines Willen zu leiden. Also nicht nur Gnade, dass wir hier sitzen und sein Wort hören, sondern das ist Gnade, dass wir viel leiden. Was? Wie jetzt? Ich dachte, Gnade ist immer was Gutes. Immer schön. Gnade. Ja, der wird uns bewahren, vor allem, wie ein Vater sein Kind hält. Ja, der Vater hält sein Kind. Egal was kommt, die Hand ist da, er hält sein Kind. Aber das Ding ist, ich bin derjenige, der diese Hand festhält. Ich muss festhalten. Egal was kommt. Und wie mache ich das? Wie kann ich immer festhalten und immer zu ihm gehen, wenn Bedrängnisse kommen, Verfolgung kommt und da muss ich mich einfach auf sein Wort stützen. Ich muss mich ihm ausliefern, so wie dieser Ton sich dem Töpfer ausliefern muss. Er formt es. Er macht dieses Gefäß, so wie er es will. Und wieder das Bild mit dem Ton und alles, was wir jetzt hier gelesen haben und gehört haben, das dient zur Zubereitung, für unsere Zubereitung, für unsere Vorbereitung. Auf was denn? Wenn wir uns vorstellen, bevor ein Kind geboren wird, bevor ein Mensch geboren wird, da ist es ja ungefähr neun Monate im Bauch der Mutter. Also das heißt, und wie lange lebt das Kind? Also wie lange lebt ein Mensch? Wie sagt die Bibel? 70, 80 Jahre. Ja, vielleicht sogar 100. Okay. Kann auch sein. Wenn es gut läuft. Vielleicht auch sogar kürzer. Das heißt, wenn wir an die Zubereitung denken, an die Vorbereitung, dann ist dieses Kind neun Monate im Bauch der Mutter und wird vorbereitet auf 70, 80, 90 Jahre Leben auf dieser Erde. Also der Körper wird gebildet und es wird vorbereitet auf dieses Leben auf dieser Erde. Und jetzt müssen wir das anwenden auf unser neues Leben. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, wie hier steht, der ist wiedergeboren aus dem Wort Gottes. So, jetzt nehmen wir mal an, du wirst mit, wenn es gut läuft, mit 20 oder 30 wiedergeboren. Du kommst zum Glauben. Du wirst errettet und du lebst bis 80. Von 30 bis 80. Das heißt, neun Monate für das Leben hier und von 30 bis 80 sind 50 Jahre. Das heißt, du wirst 50 Jahre lang vorbereitet auf die Ewigkeit. Das ist eigentlich nicht lang. Das ist genau das gleiche Verhältnis ungefähr wie die neun Monate zu den 70 Jahren her. Aber 50 Jahre auf dieser Erde, Vorbereitung für die Ewigkeit, dann würde ich sagen, wir haben nicht so viel Zeit, Geschwister. Dann müssen wir uns ganz schnell auf diese Töpferscheibe begeben und sagen, ja, vorbere mich schnell. Ich will ein Gefäß werden zu deiner Ehre. Wir werden vorbereitet auf dieser Erde. Wir werden geformt als Ton und deswegen müssen wir alles in unserem Leben diesem höchsten Ziel unterordnen. Was ist das Ziel? Paulus sagt, es gibt eine Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist das Ziel. Und das Ziel erreiche ich nur mit dem richtigen Wandel. Und der Wandel heißt, lass dich töpfern. Lass dich formen von Gott. Immer wieder. Auch wenn es weh tut. Und vielleicht ist es eine Hilfe für uns, was das bedeutet in der Konsequenz. In der Konsequenz bedeutet das, ich muss die Hand, die gibt, die mir etwas gibt, küssen, aber dieselbe Hand, die etwas nimmt, auch anbeten. Nicht nur einfach nehmen und erwarten zu nehmen, zu bekommen. Er kann auch nehmen. Und das kann wehtun. Und das beste Beispiel in der Bibel ist Hiob. Er hat alles genommen. Der hat ihm alles genommen. Der hat nichts mehr gehabt. Der hat fast sogar nicht mal sein eigenes Leben noch gehabt. Der war so krank, dass er sich mit einer Scherbe kratzen musste. Aber was zeichnet Hiob aus? Er hat erkannt, dass dieser Gott der mächtige, allmächtige und wahre, einzige Gott ist. Er hat es erkannt. was sollte er denn machen? Der hätte eigentlich dasselbe sagen können, wie Petrus zum Herrn gesagt hat, ja, wo sollen wir denn hingehen? Du hast die Worte ewigen Lebens. Wo sollte er denn hingehen, Hiob? Wenn jemand erkannt hat, wer Gott ist, wo sollte er denn hingehen sonst? Es gibt keine Alternative. Die Alternative ist die Hölle. Und ich glaube, wenn man ein bisschen geschmeckt hat, erkannt hat, was Hölle und Himmel ist, dann wird man alles tun, um nicht in die Hölle zu kommen und jeden Halm ergreifen und auf dieser Töpferscheibe sich einfach hinstellen und sich formeln lassen. Und was wir hier machen, in der Gemeinde, die Versammlungen, das Wort Hören und so weiter, das ist nicht, damit dein Gehirn gefüttert wird. Wissen ist gut, aber das ist nicht alles. Wir sind nicht hier, um dein Gehirn zu füttern. Es ist ein Prozess, der Umgestaltung. Ein Prozess der Umgestaltung. Dazu gehört auch die Versammlung her. Deswegen kommt es auch darauf an. Ich muss fragen, wie kommst du hierher? Also mit welchen Motiven kommst du hierher? Oder wie bereitest du dich auf die Versammlung vor? Rennst du schnell morgens raus, sonntags, und sitzt hier so in Eile und hörst mal schnell und dann gehst du wieder nach Hause und der Alltag beginnt wieder von vorne? Oder kommst du mit der Motivation hierher und denkst, hey, ich will mir dieses Wort anhören. Da ist bestimmt was für mich dabei. Ich will verändert werden. Ich will vom Herrn geformt werden und machst deine Ohren weit auf und erwartest, etwas von Gott zu bekommen, das für dich nützlich ist, für dein Leben, für deine Familie, für dein Umfeld. Kommst du so hierher oder kommst du so hierher? Das ist ganz wichtig. Denk bitte daran. In dem Text, was wir gelesen haben, ganz am Anfang, da war etwas, da habe ich noch nichts darüber gesagt. Im Jeremia 18 nochmal zurück, im Vers 4. Der erste Teil von dem Vers 4, da heißt es, aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Was bedeutet das? Man könnte jetzt sagen, ja, der Töpfer ist doch schuld, wenn der Ton verdirbt. Der hat doch das Sagen. Wisst ihr, das Problem ist, dieser Ton, also wir als Ton, wir haben ein großes Problem. Wir haben einen Willen. Wir haben einen Willen. Das ist unser Problem. Das heißt, der Ton, der aus der Erde kommt, der hat keinen Willen. Und eigentlich sollten wir ja genauso sein, wie dieser Ton. Wir sollen keinen Willen haben. Welchen Willen sollen wir denn haben? Es gibt ein Lied, was wir singen. Mein Wille gehört meinem Herrn. Mein Wille gehört meinem Herrn. Also so wie der Ton aus der Erde, der keinen Willen hat, so sollen wir sein. Aber wir haben ein Problem. Und dieses Problem wurde ganz am Anfang der Weltgeschichte zum Verhängnis des Menschen. Sein Wille. Das war ihm zum Verhängnis. Und im Vers 5 bis 12, jetzt im Jeremia 18, wenn wir ein Stück weiterlesen, Vers 5 bis 12, da sehen wir den Grund, warum der Ton verdarb. Warum es in seiner Hand missriet, steht in einer anderen Übersetzung. Jeremia 18, Vers 5 bis 12. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Also das ist kurz nach der Stelle, wo es um den Töpfer und den Ton geht. Kann ich mit euch nicht genauso umgehen, wie dieser Töpfer? Du Haus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, dass ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun. Darum sage nun den Männern Judas und den Einwohnern Jerusalems, so spricht der Herr. Siehe, ich bereite euch Unheil und ersinne einen Anschlag gegen euch, so kehrt doch um jeder von seinem bösen Weg und bessert eure Wege und eure Taten. Und jetzt kommt der Grund, warum dieser Ton verdarb. Aber sie sagen, daraus wird nichts, denn nach unseren Ratschlägen wollen wir wandeln und wollen jeder nach der Verstocktheit seines bösen Herzens handeln. Also wenn Gott etwas verheißt, er sagt, hey, ich will das Gute für dich. Nimm das Gute. Wie geschrieben steht, ich habe euch Fluch und Segen vorbereitet, vorgehalten. Nimm das Gute. Leben und Tod. Nimm das Leben. Und die sagen, nee, da wird nichts draus. Wir machen das, was wir wollen. Der Ton spricht, dieser Ton, der aus der Erde kommt. Elihu sagt zu Hiob, er sagt, du bist doch auch aus Lehm, wie ich genauso. Und wortwörtlich, der Mensch ist aus Lehm, aus Ton, aus Erde. Aber sein Problem ist dieser Wille, der immer gegen Gott streitet, seit dem Sündenfall. Da gibt es noch andere Stellen, warum der Ton verdarbt. Zum Beispiel in Jesaja 45. Also diese Stelle, das ist schon hart. Da heißt es, Jesaja 45, Vers 9. Und bitte nehmt euch das wirklich zu Herzen. Das ist eine wichtige Stelle. Da steht, wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Eine Scherbe unter irdenen Scherben spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder dein Werk, er hat keine Hände. Ich glaube, das verdeutlicht nochmal unsere Stellung, wie wir im Angesicht Gottes dastehen, wie eine irdene Scherbe. Und er sagt, wer mit seinem Schöpfer hadert, der ist wie eine Scherbe. Und wenn wir das auf das Bild des Töpfers anwenden. Ich weiß nicht, ob jemand von euch eine Werkstatt von einem Töpfer gesehen hat. Ich habe es gestern gesehen in diesen Videos. Da liegen auf dem Boden ganz viele Scherben. Warum? Die verdarben in seiner Hand. Da hat er sie auf den Boden geschmissen. Das ist das Bild. Wir sollen nicht mit Gott hadern. Wer sind wir, dass wir mit ihm hadern? Paulus sagt im Römerbrief, der sagt, wer bist denn du? Dass du mit Gott rechten willst. Du bist doch der Ton. Sag der Ton zu seinem Töpfer, warum hast du mich so gemacht? In Jesaja 29, Verse 15 bis 16 heißt es auch über den Ton, der verdarb. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen. Die sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns? Oh, eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht oder das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht? Eigentlich ist es ganz logisch. Kein Bild kann zu seinem Maler sagen, warum hast du mich so gemacht? Aber der Mensch kann. Der Mensch hat diese Eigenschaft. Der kann zu dem Schöpfer tatsächlich sagen, warum hast du mich so gemacht? Und das hören wir doch jeden Tag, oder? Jeden Tag hören wir das. Warum gibt es Leid auf der Welt, wenn es Gott gibt? Wir müssen einfach nur erkennen, dass wir Ton sind. Wir können Gott nicht auf die Anklagebank stellen. Oder mit ihm hadern. Oder ihn anklagen. Und in Römer 1 natürlich eine eindeutige Stelle, warum der Ton verdarb. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständliches Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. und ein Stück weiter Vers 25 sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpfehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer. Verstehen wir, wie der Mensch tickt? Aber es gibt eine gute Nachricht. In dem Text Jeremia 18, die Verse 1 bis 4, gleich im Vers 4, gleich danach, wo es heißt, der Ton verdarb oder das Gefäß verdarb in der Hand des Töpfers und jetzt kommt die gute Nachricht. Was steht da? Jeremia 18, Vers 4, wunderbar, da fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Der menschliche Töpfer, der guckt, das ist mir nicht gelungen, schmeißt es weg, Gott, unser Vater, er drückt weiter und macht aus diesem Gefäß etwas Neues, weil es in seiner Hand verdarb, nicht weil es seine Schuld war, weil dieser Ton, der auf dieser Töpferscheibe ist, sich nicht formeln lassen wollte. Und dafür gibt es viele Gründe. Jetzt kann ich mich fragen, warum werde ich denn nicht geformt? Ich will geformt werden, aber es ändert sich nichts in meinem Leben. Es gibt viele Gründe dafür. Ich kann euch keine Formel geben mehr, dass man die so ausrechnet, was ich machen muss, damit es gelingt, damit mein Glaubensleben läuft. Es gibt keine Formel. Das Einzige, was ich euch raten kann, ans Herz legen kann, und das Wichtigste, glaube ich, ist ganz einfach. Es ist so einfach und doch für den Menschen so schwer. Es ist ein Wort. Kapitulation. Gib auf, nach deinen Wegen zu gehen. Du musst dich einfach auf diese Scheibe setzen, auf diese Töpferscheibe und vielleicht noch eine Frage. Wir sollen uns doch nicht sorgen, oder? Die Schrift sagt, sorgt euch nicht. Ich glaube, eine Sorge müssen wir schon haben. Jeden Tag eine große Sorge. Bringe ich dem Herrn 60, 90 oder 100 fällt ich Frucht. Das sollte jeden Tag unsere Sorge sein. Wie gesagt, der Ton hat keinen Willen und was ganz wichtig ist in diesem Bild, der Ton, damit er gelingt, wo muss der auf dieser Töpferscheibe denn drauf? In der Mitte. Der muss in die Mitte der Scheibe. Was für ein wunderbares Bild. Wenn der Ton aus der Mitte ist, was passiert, wenn die Scheibe anfängt zu laufen, der fliegt raus durch die Fliehkraft. Der fliegt raus und da muss der Töpfer ihn immer wieder nehmen drauf stellen. Immer wieder nehmen drauf stellen und das tut weh. Und wisst ihr, was das Problem ist, wenn ich aus dieser Scheibe raus fliege und da liegen bleibe, was passiert denn mit dem Ton, wenn er liegt? Der wird hart. Und es wird umso schwerer ihn zu formen. Und wer es kennt, wie getöpfert wird, der Töpfer tunkt immer seine Hand ins Wasser, damit der Ton geschmeidig ist, damit er formbar wird. Was würdet ihr sagen, was das Wasser in diesem Fall ist? Das Wort. Das Wort ist das. Wir müssen, wir brauchen Weichmacher. Der Weichmacher ist das Wort Gottes. Immer wieder und immer wieder und immer wieder der Töpfer tunkt seine Hand immer wieder in die Hand, weil das trocknet. Er tunkt sie rein, maske schmeidig und formt den Ton. Und noch ein Bild, das hört eigentlich gar nicht auf mit dem Töpfer. Das ist ein wunderbares Bild. Wir sind jetzt fast schon am Schluss . Und ich will nur noch ein verdeutlichen, was macht man denn nach den Töpfern mit dem Ton? Es wird in den Ofen gestellt, ins Feuer. Wunderbares Bild. Und denken wir mal an Daniel, der Feuerofen. Also wir müssen, wenn wir als Töne, als Ton geformt werden, wir werden geformt, zu einem Gefäß, zu Gottes Ehre, so, dann wird es einmal in den Ofen gestellt, Feuer, geläutert, festgemacht, aber fürchtet euch nicht, sagt der Herr. Er ist dabei, genau wie bei Daniel. In diesem Feuer, in dieser Erprobung, in der Bedrängnis, ist er dabei. Das ist ja der Unterschied. Und es gibt eine Geschichte über König Georg oder King George, der Fünfte, der hat eine Porzellan Manufaktur besucht, da wurde Porzellan hergestellt für das Königshaus, dann lief er an einer Arbeiterin vorbei, die hat das Gefäß innen drin komplett mit schwarzer Farbe angemalt. Dann hat er gefragt, wann haben wir denn schwarzes Porzellan bestellt? Dann sagte die Frau, nein, nein, das ist kein Schwarz, das ist nicht die Farbe, das ist die Deckfarbe, für das Gold, was da drunter ist. Und diese schwarze Farbe, also Deckfarbe, und wenn dieses Gefäß das schwarze, wo das Gold drunter ist, in den Ofen gestellt wird, dient diese schwarze Farbe dazu, dass das Gold sich einbrennt ins Gefäß und die ist dann weg. Und was kommt raus, wenn man das Gefäß rausnimmt? Ein wunderbares Krug oder sowas in Gold. Und vielleicht hat nicht jeder von uns irgendwie einen goldenen Krug oder Tasse zu Hause, muss auch nicht sein, aber wisst ihr, unser Geschmack ist anders wie Gottes Geschmack. Gott will goldene Gefäße, das lesen wir auch im Neuen Testament, er will goldene Gefäße in seinem Haus haben. Und wenn wir jetzt einfach diesen Prozess mal rückwärts laufen lassen, goldenes Gefäß, Feuer, nochmal Feuer, getöpfert und zurück Ton von der Erde genommen. Was dazu alles nötig war, damit wir ein Gefäß sind zur Ehre Gottes. Also, was ich heute eigentlich sagen will, ist, geh auf die Töpferscheibe, geh auf die Mitte und warte geduldig, lass dich töpfern von dem Töpfer, der perfekte Töpfer, lass dich drücken, formen, weich machen durch das Wort, damit du ein Gefäß sein kannst zu seiner Ehre, ein goldenes Gefäß. Das ist unsere Bestimmung hier und auch für die Zukunft. Amen. 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 Amen.